Hallo Hey, liebe Freunde, willkommen zum zweiten Teil vom Case Opening. Mit dabei auch wieder Denny. Hallo Hallo. So, wie ihr seht, wir haben hier noch 37 Kisten zu öffnen. Winteroffensive, achso, ja. Wir haben Winteroffensive, Phönix, was haben wir noch alles, Danny? Breakout und Huntsman. Wie ihr seht. Die werden wir alle nach und nach öffnen. Ich würde sagen, bloß dass ihr seht, dass es 37 sind, also es kommt ein langer Tag auf uns zu. Wir würden, ich würde sagen, wir fangen mit den Huntsman an. Das sind 6 Stück. Was kann da alles drin sein? Ähm, ja. Oh, die M4A1, Atomic Alloy. Oh, wie man es ausspricht. Ähm. Oh, Facebook hat dein Maul. Da ist auch wieder eine Arkad drin. Ja, kann sein. Soll ich mal öffnen? Ja. Alles klar. 3, 2, 1. Äh, Kiste 1 wird geöffnet. Die haben alle kein Skin. Ah, doch jetzt. Und boah. Könnte sein, dass die erste Waffe immer eine CZ ist? Ne. Alter. Okay. Okay. Nächste Kiste. 3, 2, 1. Go. Höh. Hm. Hm. Eine Galil Kami. Kami. Hm. Ist die gut, oder? Nee. Oh. Okay. Weil die da halt steht. Weil die da halt drinsteht, glaube ich da. Okay. Hm. Vier Kisten haben wir noch. Ja, geil. Ja, geil. Ist ja geil, Danny. Was? Ich hab ne Galil Kami gekriegt. Ich dachte, das ist richtig geil, so. So, nächste Kiste. Oh, nee. Hm. Oh, nee. Oh, nee. Eine Mac-Ten. Tato? 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 man komm letzte hans mann komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon geh weiter geh weiter gewalt jawohl xm 10 14 stetrek hevenguard was denn schlecht oder was es ist ein lilaner skin oder was? ne der war rot der war rot aber er wie rot verarsch mich grad nur äh ne nur roter also hinten am griff war sie rot ach so ja gibt's gibt's eigentlich nicht ne m4 a1 silenced asimov äh nein m4 a4 ach so ja die ich ja ich hab leider davon nur 4 aber ich würde einfach mal sagen öffnen wir mal also die asimov sieht so geil aus 11 euro in eine pp bison kobalt halftone das sieht ja total abgenutzt aus oh god ja komm öffnen öffnen wir mal die mal komm schon komm schon bitte eine 5 7 kami kami ach du scheiße ach du scheiße oh god Leute da ist diese m4 a1 silenced guardian drin ja 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 nein da war die asimov ahaha jetzt hab ich wieder die kami krieg eigentlich nur kami oder was weck mich oh da war die da war die ah da war die asimov Leute da krieg ich auch ne awp red line ist ja geil komm schon komm schon komm schon komm schon akte wird nicht boah m249 magma so'n scheiß spiel ich doch nie jetzt kommt die phoenix jetzt kommt phoenix ach jetzt kommt die phoenix hoff und phoenix haben wir neun okay bist bereit okay jetzt zählt du noch mal runter 10 9 von 5 7 6 4 3 2 1 9 ne ump die hoff 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 oh lol what the fuck was ist ist das so gerade sieh gottes was ist oh gott noch mal mir ist sie nicht nur mehr rund okay ich glaub bei dir bringt es irgendwie nichts also 5 4 3 2 1 los geht es da kommen necke habe ich doch jetzt genug alter ich glaube ich zähle jetzt mal von siebner halb runter siebner halb 6 5 4 3 2 1 halb und öffnen eine tech 9 bekommen alle wird ja wohl irgendwie was rauskommen ich habe mit 90 trigon sie für geil aus die fabrik neu was ich kurz gucken ich mach spiel du weiter nee ich mach was fabrik neu ist die vor gleich mal nachgucken wie viel die kostet da faktisch minimal ja okay dann kostet es so viel wie meine mann alter ok aber es war war schon mal cool kommt die letzten öffne ich einfach am stück ohne einen kommentar abzugeben ist doch scheiße kommentar auf geht's ohne kommentar habe ich gesagt komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon jetzt halt doch an das ist ja geil ich glaube ich spiele ich soll die letzte der lasse ich wieder fünf sekunden seit Prozent 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 schluss Hauke Oro Ressenzustand ist die Puls Prozent wir versuchen eine Nummer minimal sagt es hat die Wert von 5 Euro ja dies auf jeden Fall gut aus die ist einsatz erprobt er kostet 1 20 und jetzt was haben wir denn noch break out davon haben wir 18 ja sehen aber noch mal ein paar würde ich sagen los geht's der die beginnt mit der ersten kiste 321 jetzt bin ich gespannt etwas wenn da mal irgendwie was ach leck mich doch wenn da mal irgendwie mal was gutes rauskommt bei dir dann kommt dann die eine chance gebe ich dir noch denn ich lasse ich nicht mehr durchgarten glatt sei mit den gleichen skin rausgezogen mit jetzt aber noch mehr stärker nicht mehr dran okay einmal ich schwöre es dir denn ich schwöre es dir jetzt bin ich jetzt nicht dran jetzt bin ich dran drei zwei eins ein halb und viertel los weißt du nicht du hättchen dass da nix drin ist wir müssen mal zusammen okay okay jetzt pass auf DREI mutter ey EINZ LOS denn in einem bekommst nicht mehr rein hier wenn du dabei ist ist die p2.000 EINZ 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 ich lasse mir jetzt einfach mal Zeit, guck mal kurz Whatsapp was denn es bringt was ist was ist jetzt was ist jetzt EINZ denn ich schreib mir nicht AAAAAAAA DENNY DENNY also liebe Freunde, Danny schreibt mir gerade, ja Spaß dir so ok, Schlüssel benutzen DENNY 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 Boah, cool ne SSG08 ist ja krass DENNY Boah, DENNY 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 MP7 STATCHRACK Urban OK BAN DENNY 18 18 15 16 15 14 5 4 3 2 1 ... ... ... st wenn die neuen auf mann Prozent er will den Weg Mauer ein Schüssel benutzen um ich hab schon lange er hat er kann aber das Scheiß rauskommen Mönchel ist oder war die Asimov alle ZZ ist sehr geil jetzt wird es etwas etwas von ihm nicht richtig hin jetzt die März schon ach du Scheiße ach du Scheiße Neymar kommt dann kommt schon 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 komm schon komm schon komm schon wie du gehst jetzt weiter wie ok kann man noch lassen eine Novakoi jetzt kann man nicht lassen doch welchen Zustand keine Ahnung eine Bison Osiris und die sieht gut aus ne sieht sie nicht Meider da kann ich auf Klopp ab dem Akten im Internet war nächstes die 08 müssen sein so viel Neues ins Beutel 9 kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon mal und dieser Kassel und P er hat bisher haben ich habe noch drei Kisten drei Kisten habe ich noch ist ja krass die CZ Alter, du verarscht mich doch komm schon, zwei Kisten noch komm, komm, komm eine Kiste eine letzte Kiste eine letzte Kiste, komm hast du schon geöffnet? nein, komm nein, das hat gerade schon nur einen Blick gebracht du zählst nicht mehr, nein 3, 2, 1, go ja, okay, 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 okay okay, okay ist das scheiße oh man nur scheiße rausbekommen oh man oh, hast du viel scheiße oh ja ja, ein paar Sachen kann ich verwenden Alter, das ist viel kacke Alter ich habe jetzt ganz viele Neckefs und ganz viele OMPs und ganz viele CZs oh man Alter, das sind viele Ach, sag bloß, wie kommst du denn da drauf äh jetzt, ne, die Tigre äh, ja also das war's ähm vielleicht wird es ja sowas öfters mal geben wenn wir ein bisschen Geld übrig haben oder so ähm ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem kleinen Special und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal äh will Danny auch noch was sagen äh ja, dass ich das auch machen werde bisschen Eigenwerbung bisschen Eigenwerbung bisschen Eigenwerbung äh 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 also, Danny will es anscheinend auch machen, wann es kommt das weiß ich nicht ja so nicht, na ja, auf jeden Fall ach, irrscht, okay Alter, boah, also, okay ja, ist klar, hm hm, ja, das ist so, 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 so mal, okay, ja, dann fangst du mal bis Januar hi, wie Max mal bis man nur, bei Januar da, ab Januar bis wahrscheinlich schon im 8, ja, am Januar Januar, 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 ich bin für den Juli warum nicht h also bitte ah ja, wenn, dann müssen wir schon gleich viele ach, ja klar, wie Naja, gut, das war's Wir sagen Tschüss Bis zum nächsten Mal Ciao